Stell dir vor, dein Lehrer fragt dich, was größer ist, 4 Neuntel oder 5 Elftel. Zittern nicht! Aber nicht, weil ich dir gesagt habe, stell dir vor, sondern weil du einfach zweimal über Kreuz multiplizieren musst. 4 mal 11 ist 44 und 9 mal 5 ist 45. 45 ist größer, also ist 5 Elftel größer.